Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um TSM TradeSkill Master 4. Für alle die, wo vielleicht noch ein bisschen Probleme mit diesem Addon haben und auch noch nicht so ganz die Vorteile verstanden haben, beziehungsweise nicht wissen, wie man die Vorteile benutzt. Ganz kurzes Recap. In Patch 8.3 wurde das Auktionshaus ja komplett überarbeitet, was längst überfällig war. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Auktionen direkt passend zum aktuellen Preis einzustellen, die Konkurrenz zu sehen, welche Preise gerade im Markt sind. Das macht es natürlich schon einfacher und ihr braucht keine Stackgrößen mehr. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte genau 103 Stück, so viel wie ich im Inventar habe, einstellen. Das ist alles cool. Das konnte TradeSkill Master alles schon vorher in dieser Art machen. Der einzige Unterschied war, dass man quasi vorher als Käufer entscheiden konnte, was man kauft. Zum Beispiel 10 mal 1 Stück, 1 mal 20 Stück, 1 mal 40 Stück, ja doch, je nach Stackgröße. Alles, was es halt so im Markt gab und was angeboten wurde. Und jetzt entscheidet quasi nur noch der Preis. Das heißt also, ein Käufer kann hier sagen, ich möchte von diesen 861 Stück, die es zu diesem Preis hier gibt, nur 12 Stück kaufen. Und das ruiniert es ein bisschen oder verändert halt ein bisschen das Ganze bei TradeSkill Master, all dieweil. Früher konnte man auch mit Stacks ordentlich Gold machen, weil manche Leute nicht Einzelteile kaufen wollten, sondern genau 20er, 200er oder 50er Stacks kaufen wollten. Und ja, jetzt können die das immer noch, aber halt zum niedrigsten Preis auch noch. Das heißt also, jetzt fällt das bei TradeSkill Master weg, dass man halt in verschiedenen Stackgrößen etwas einstellen muss. Nichtsdestotrotz bringt TradeSkill Master einen riesen Vorteil, und zwar, wenn ihr mehrere Einzelteile reinstellen wollt. Das heißt also, wenn ihr quasi eine Art von Buffhood hier einstellen möchtet, dann ist das normale Auktionshaus immer noch tippitoppi, oder was heißt immer noch, dann ist es jetzt tippitoppi und ihr könnt es auch sehr gut nutzen. Wenn ihr allerdings mehrere Einzelgegenstände einstellen wollt, wie in unserem Fall, wer unsere aktuelle Videoserie sich hier reinpfeift, in unserem Fall zum Beispiel mit dem Ledererberuf, da haben wir jetzt alles hochgeskillt und können jetzt ganz viel verschiedene Teile craften und natürlich ins AHA einstellen. Das Problem ist, dass diese Teile unterschiedliche Preise haben und natürlich auch unterschiedlich gewertet werden. Das heißt, würdet ihr das Standard-Auktionshaus benutzen, dann würdet ihr ziemlich viel Zeit brauchen, weil ihr jedes Teil hier einzeln reinlegen müsstet. Ihr müsstet also immer so zack verkaufen, so zack verkaufen. Es geht, aber es gibt einfach eine schnellere Variante, gerade auch, wenn man nachher schauen möchte, ob man irgendwo unterboten wurde. Das heißt also, unser erster Schritt in TradeSkill Master, wenn ihr ganz neu dabei seid, ist, auf den Reiter Gruppen hier oben zu klicken und sich dann eine neue Gruppe zu erstellen. Das geschieht ganz einfach, indem ihr hier auf dieses Plus drückt und schon öffnet sich hier unten ein neues Fenster mit neuer Gruppe. In dieser neuen Gruppe seht ihr links alle Items, die ihr in euren Taschen habt und die noch nicht gruppiert sind. Das bedeutet also, die noch in keiner der anderen Gruppen vorhanden sind. Die Basisgruppe hier oben bedeutet übrigens, dass damit alle Gruppen, alle Items, die ihr nicht gruppiert habt, drin sind. Also auch Items, die ihr vielleicht gar nicht im Inventar habt, die ihr noch nicht kennt, die sind alle in der Basisgruppe erstmal enthalten. Das ist vor allem für die Leute wichtig, die Preise scannen wollen darüber oder vielleicht snipen wollen. Darüber kann man dann quasi Dinge finden, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Für uns persönlich ist es jetzt vielleicht am Anfang mal wichtig, zu verstehen, wie funktioniert TradeSkill Master. TradeSkill Master besteht aus Gruppen, die ihr selber anlegen könnt. Das zeige ich euch gleich. Und diese Gruppen sind dann nichts anderes als eine Basis, mit der ihr dann entscheiden könnt, was möchte ich machen. Was ihr dann also macht, zum Beispiel an verschiedene Leute Items verschicken, Auktionen erstellen, Auktionen abbrechen, snipen, Shopping. Das könnt ihr alles quasi mit Operationen in den Griff bekommen. Und diese Operationen sagen, zum Beispiel bei Auctioning, sehen wir jetzt hier zum Beispiel unsere Schildhand. Das ist ein Item, da habe ich extra eine Operation gemacht. Das könnt ihr auch wieder hier mit dem Plus generieren. Und da können wir jetzt einstellen, wir wollen es zu diesem und diesem Preis verkaufen, mindestens. Und wenn es nichts gibt, also wenn quasi meine Auktion die einzige ist, möchte ich noch einen Höchstpreis festlegen, um zu sagen, okay, es sollte nicht teurer als dieser Preis sein. Da könnt ihr dann verschiedene Formen eingeben. Ich habe mich jetzt hier für dieses Video mal auf die einfachste Art und Form beschränkt und zeige euch auch nachher noch, warum ich das gemacht habe. Das ist einfach nur die stupide Goldanzahl, um quasi zu zeigen, hier, ich möchte es für mindestens 1000 Gold zu verkaufen und für allerhöchstens, wenn es gar nicht im Aha ist, für 18.870 Gold. So, jetzt wäre das also geschwätzt, meine Freunde. Ihr wisst jetzt zumindest mal oberflächlich, für was diese Operationen stehen. Nichts anderes, als dass man verschiedene Funktionen zu einzelnen Gruppen hinterlegen kann. Und das ist halt vor allem sinnvoll, wie ich gerade erklärt habe, zum Beispiel beim Reinstellen, dass man verschiedene Preise für verschiedene Artikel hat. Ihr wollt wahrscheinlich euer Bufffood, das ihr vielleicht verkauft, nicht für mindestens 1000 Gold pro Stück verkaufen. Sonst werdet ihr wahrscheinlich nie was verkaufen. Und andererseits wollt ihr natürlich eure Trinkets etc. auch zu einem anderen Preis verkaufen. Ich schaue gerade mal bei Trinket. Hier habe ich nämlich eine neue Form von Formel. Ihr seht es vielleicht in dieser Operation hier unten. 110% Crafting. Und was das bedeutet ist, dass es quasi mindestens den Preis von 110% des Craftings angibt. Was bedeutet es im Klartext? Dass wir quasi keinen Verlust machen können. Also verkaufen wir unsere Items hier in diesem Fall nur, wenn wir auch wirklich Profit damit machen. So, der Höchstpreis ist wieder per normales Gold angelegt bei mir. Das hat einen anderen Grund. Ich wollte das sauber halten und wollte genau festlegen, wie teuer die Teile eigentlich sind. Um aber hier mal gerade auf dieses 100% Crafting, 110% Crafting zu kommen, wie sich das Ganze feststellt und woran ihr das erkennt, ist, wenn ihr über ein Item drüber fahrt und dann quasi unten seht, Herstellungskosten. Das heißt also 100% der Herstellungskosten wären in diesem Fall 1156 Gold. Der Preis ist natürlich nicht 100% korrekt, denn TSM weiß nicht, wann ihr eure Items vielleicht schon eingekauft habt, wenn es zu einem früheren Zeitpunkt passiert ist, sondern es scannt einfach nur den aktuellen Tagespreis. Und der ist in unserem Fall jetzt schon seit 4 Stunden 35 Minuten nicht mehr aktualisiert worden. Das heißt, die Preise müssen nicht 100% korrekt sein. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr bei einem Item keinen Tagespreis sehen könnt, also hier unten bei den Herstellungskosten, kann dies zwei Gründe haben. Grund Nummer 1, ihr habt den Beruf frisch erlernt bzw. TSM frisch aktualisiert und TSM konnte noch nicht diese Preise berechnen, weil das einfach ein bisschen Zeit braucht, bis sich das System hier warm läuft. Also am Anfang dieser Serie, vor einem Tag zum Beispiel, habe ich mit dieser Gruppe deswegen bei Lederer Goldpreise eingegeben, die schauen wir uns gleich nochmal an, weil ich gar keine Craftingkosten hatte. Es waren also quasi keine Craftingkosten von mir aus vorhanden, es ging nicht. Deswegen habe ich also einen Goldwert festgelegt, damit ich trotzdem meine Auktion ins AHA stellen konnte und habe einfach nur einen Richtwert von 1000 Gold, damit ich in dem Fall nicht zu viel Verlust machen würde. So, das nächste und zwar der zweite Grund, warum es nicht funktionieren kann, warum ihr manchmal keine Preise bei einem Gegenstand seht, ist, wenn die Gegenstände, die ihr zur Herstellung braucht, seelengebunden sind. Das bedeutet also nicht im Auktionshaus zu verkaufen, denn TSM rechnet hier einfach mal 15 mal Sedimentleder den Preis aus, dann 7 mal Sturmbalk, 20 mal blutbefleckter Knochen und dann hat es ein Problem. Und zwar rechnet TradeSkillMaster hier nicht 1,25 Gold, wie es hier als Händlerpreis angegeben wird, das ist ja auch falsch, sondern beim Expulsum gibt es keinen Preis. Expulsum kann man nicht kaufen, das heißt also, ihr müsst euch überlegen, was kostet euch, gerade im Moment zur Herstellung von diesem Gegenstand, was kostet euch ein Expulsum? Wie ihr das rausfindet, ist auch relativ simpel und zwar, ihr craftet einfach Sachen, als Lederer zum Beispiel hier die Armschienen, da craftet ihr einfach ganz viele, die sind jetzt teuer, ich habe glaube ich die vom Kette benutzt, Moment, schauen wir uns das auch mal an. Dann craftet ihr also hier diese Schimmerschuppenarmschützer als Lederer, habt eine Craftingkosten oder Herstellungskosten von 74 Gold, dann könnt ihr die ja quasi an der Schmiede verkleinern und kriegt dadurch Expulsum. Jetzt könnt ihr einfach quasi 100 herstellen, ihr tut 100 zerstöckeln, zerschreddern und seht dann, wie viel Expulsum habe ich rausbekommen, also wisst ihr ja quasi, wie viele Armschienen pro Expulsum ihr theoretisch herstellen müsst, dann habt ihr hier euren Stückpreis und wisst genau, was euch ein Expulsum kostet. Das hat euch jetzt natürlich noch nicht viel geholfen, denn der Preis fügt sich hier nicht automatisch ein, nur weil ihr wisst, was euer Expulsum kostet. Daher gehen wir hier in unserem Fenster einfach oben auf Tradeskill Master, es öffnet sich das TSM Berufsfenster, ihr geht hierbei auf Crafting Reports bei eurem Crafting Reiter und klickt dann hier auf die rechte Seite der Materialien. Bei Materialien gibt es eine Standardberechnung, wie der Preis aussieht, wie hoch der Preis ist, die würde ich auch sonst nirgends verändern, außer bei den Gegenständen, wo wie gesagt kein Preis vorhanden ist. In diesem Fall geben wir bei Suchen einfach EXP ein, dadurch stoßen wir als allererstes auf Expulsum. Wenn ihr auf Expulsum klickt, dann kommt hier eine Formel, die ich schon rausgelöscht habe und hier könnt ihr dann euren normalen Goldwert als Beispiel einschließen. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen komplexer machen und direkt einen anderen Itemwert hier einfügen, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Armschienen aus dem Aha immer den gleichen Preis haben oder so. Damit würde ich aber gar nicht erst anfangen, macht euch einfach einen sauberen Goldpreis rein, egal ob 300 Gold, 500 Gold oder 1000 Gold, damit ihr einfach wisst, was euer Expulsum kostet. Und danach werden auch wieder alle eure anderen Funktionen klappen. Zum Beispiel hier bei der leeren Flosse, hier sowas steht dann bei euch im normalen bei Expulsum noch drin, ja, der Mindestpreis und dann müsst ihr hier einfach quasi den Goldpreis ersetzen. Würde ich wie gesagt nur bei Expulsum machen oder bei anderen Gegenständen, wo dieser Fall auftritt. In Legion gibt es da einige, also schaut euch das einfach mal selbst an. So, ganz kurz noch zum Thema Tradeskimmaster. Wie verwendet ihr es für eure Berufe, für eure Gruppen? Ich mache das immer ganz einfach und zwar möchte ich die ganzen Gegenstände, die ich herstelle, zum Beispiel bei meinem Lederboy, das ist eine Gruppe, möchte ich quasi alle Gegenstände einzeln verkaufen. Das heißt also, ich möchte nicht nur alle Armschienen zum gleichen Preis verkaufen oder alle Hände, sondern ich möchte die wirklich einzeln aufgrund von den Stats, was da drauf ist, zu ihrem Preis vertickern. Das heißt also, ihr craftet euch erstmal die Gegenstände, wie ich es hier getan habe. Wenn ihr diese gecraftet habt, öffnet ihr mit Slash TSM euer Fenster, geht auf Gruppen, erstellt euch eine neue Gruppe oder fügt es halt zu einer schon bestehenden Gruppe hinzu. So, geht dann in meinem Fall zum Beispiel auf Lederboy und dann könnt ihr diese Items quasi, hier sind sie erstmal links, auswählen alle, so per Klick und dann überall, wo ein Häkchen dabei ist, könnt ihr hier unten auf Items hinzufügen, klicken und dann sind sie in eurer neuen Gruppe drin. Achtet bitte darauf, dass diese Gruppe noch eine ziemlich komische Operation am Start hat. Das heißt also, wenn ihr das Fenster Gruppe dann wieder öffnet, hier geht ihr auf eure Gruppe und schaut dann mal bei Gruppen Operationen. Dort seht ihr alle Operationen, die ihr zu dieser Gruppe hinzugefügt habt und ganz kurz noch, bevor wir es vergessen, hier oben könnt ihr die Item Variationen ignorieren. Das würde ich euch nicht empfehlen, zumindest bei solchen Gegenständen, weil die Preise gerade durch die Item Variation stark verändert sind und man verkauft manchmal so ein Teil für 20.000 Gold mehr, nur weil die richtigen Stats drauf sind. Also denkt da bitte dran, hier kein Häkchen setzen und jetzt geht es weiter zu den Operationen. Wie gesagt, hier linksklick auf das rechte Reiter und dann sind wir jetzt hier in den Operationen. Die meisten werden euch wahrscheinlich nicht interessieren. Wir gehen jetzt erstmal auf die wichtigste Operation drauf und das ist Auctioning. Dort könnt ihr die übergeordneten Operationen überschreiben. Das ist in diesem Fall bei unserer Gruppe die Basisgruppe. Das wollen wir auch. Wir haben keine Lust auf diese Default-Operationsfunktion, sondern wir wollen die neue für Lederer machen. Das heißt, in eurem Fall müsst ihr dann jetzt hier auf das Fenster und eine neue Operation erstellen. Ihr werdet dann direkt hier reingeworfen, habt quasi eine neue Operation am Start, die ihr hier oben auch beliebig benennen, betiteln könnt und weiter geht es dann quasi, indem ihr hier alles einstellen könnt. Übrigens, auf jeder Operation sieht man unten im ersten Reiter bei Details immer, welcher Gruppe es schon hinzugefügt wurde. Also in eurer Gruppe, wenn ihr es so gemacht habt, wie ich es euch gerade im Video erklärt habe, sollte hier unten schon eure Ledergruppe oder halt eure Gruppe, bei der ihr es hinzugefügt habt, stehen. In meinem Fall der Lederboy, das war ja die Gruppe für die Lederteile. So, weiter geht's ins zweite Reiter. Dort machen wir die ersten Einstellungen. Meine erste Einstellung ist immer 12 Stunden. Wir wollen nur 12 Stunden Auktionshauszeit benutzen, kann ich euch auch so empfehlen. Wer 24 oder 48 Stunden haben möchte, einfach anklicken und ihr seid ready to go. Früher konnte man jetzt hier die Stackgröße einsetzen und sagen, ich möchte zum Beispiel 10 mal 20 Stacks verkaufen oder 5 mal 10 Stacks. Heute ist das Ganze ein bisschen anders. Wir entscheiden jetzt einfach, wie viel wir von diesen Teilen verkaufen wollen. In meinem Fall bei einer Gruppe von Lederteilen einfach nur 5 Stück. Mehr werde ich so oder so nicht haben, also von dem her reichen mir 5 Stück. Wie viel möchte ich in der Tasche behalten? Wenn ihr zum Beispiel Bufffood verkauft, was ihr selber gerne benutzt in Raids, Dungeons oder sonstigem Scheiß, dann könnt ihr hier jetzt quasi eine Zahl hinterlegen. Auch das ist für mich wieder irrelevant, weil ich diese Lederteile nicht für mich selbst herstelle, sondern nur zum Verkaufen. Also bleibt hier die Null drin. Keine Auktionserstellung nach so vielen abgelaufenen Auktionen. Diese Funktion in der Operation ist vor allem dann wichtig, wenn man zum Beispiel Transmog verkauft. Wenn man ganz viele Dinge auf einmal verkauft und man quasi den Überblick nicht so richtig im Kopf hat, ob das Ding sich überhaupt mal dreht und wendet. Und bei diesen wenigen Gegenständen, wie wir es haben, normalerweise vielleicht 100 Stück, kann man das noch ganz gut sehen, finde ich. Was verkauft sich gut, was verkauft sich schlecht. Ihr seht es ja im Postkasten. Bei Transmog aber zum Beispiel kann man den ein oder anderen Ladenhüter drin haben und nach dem hundertsten Mal einstellen, ist es vielleicht klar, dass man es niemals verkaufen wird. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man es einfach beim Händler verkauft oder löscht oder keine Ahnung was. Kleiner Tipp noch, wenn ihr ganz seltene Transmogs verkauft, die wirklich sehr, sehr viel wert sind, würde ich gerade hier nichts eingeben. Denn seltene Transmogs sind auch manchmal selten gefragt und deswegen wird man sie auch nicht so oft los. Und da ist es egal, ob man es 150 Mal reinstellt. Wenn man dann eine Million Gold oder mehr dafür kriegt, hat es sich trotzdem gelohnt. Also achtet da bitte drauf, dass ihr diese Funktion auch wirklich richtig benutzt. So, als nächstes kommt die Einstellung für Preise. Hier ging es früher richtig knackig zur Sache. Wie kann man die besten Preise machen, damit man oben steht? Da ging es zum Teil auch mit dem Unterbietenpreis. Wie kann man sich so darstellen, dass es funktioniert? In unserem Fall, heutzutage, haben wir ein Riesenglück. Das neue Auktionshaus sorgt dafür, dass viele Leute sich gar nicht mehr unterbieten. Das bedeutet also, wir bringen das Gebot gar nicht mehr mit ein. Wir lassen es bei 100% und wir wollen auch um null Kupfer unterbieten. Wir stellen es einfach zum tagesaktuellen Preis rein. Wir wollen den Preis nicht senken, sondern wir wollen, dass alles so teuer wie möglich bleibt. Ihr könnt natürlich auch um Einkauf unterbieten, wenn ihr quasi die Leute ein bisschen abfacken wollt. Das geht alles. Überlegt euch das aber genau, wie ihr das später angehen wollt. So, und als nächstes kommen wir schon zu den Preisen. Die Preise sind hier wieder ganz einfach gemacht von mir. Ich habe es euch vorher schon erklärt. Ich habe hier nackte Goldpreise drin, eben weil bis vor kurzem meine Operationen noch nicht funktioniert haben. Das heißt, ich könnte das Ganze jetzt hier ändern und sagen 100% Crafting unter 110% Crafting in meinem Fall und es würde auch funktionieren. Wenn es unter diesem Preis ist, möchte ich keine Items auktionieren, weil dann würden wir Verlust machen und zum Verlust verkaufe ich nicht, da ist mir meine Zeit zu schade. Zweites Fenster ist der Höchstpreis. Das ist einfach nur so ein Richtwert, damit man sagen kann, ich möchte das höchstens als Beispiel für 25k verkaufen. Wenn jetzt niemand eine Auktion für 25k drin hat, das heißt es könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand eine Auktion für 100.000 drin hat, dann greift dieser Wert wieder und hier unten machen wir es, machen wir dann rein zum Normalpreis erstellen. Das bedeutet also, wenn es über 25.000 Gold ist oder gar nicht erst im Auktionshaus vorhanden, setzen wir es automatisch zu unserem voreingestellten Preis von 26.853 Gold, 77 Silber und 46 Kupfer. Ihr denkt euch jetzt, Totem, was ist los mit dir, warum genau dieser Preis, warum nicht ein Kupfer mehr oder weniger, warum überhaupt Kupfer, das kann ich euch ganz genau sagen, hat ein bisschen was mit der Psyche zu tun. Die Leute werden diesen Preis hier als viel normaler einschätzen, wie zum Beispiel 25.000 Gold rund und der normale Spieler wird sich bei 26.853,7746 Gold nicht an die Nase greifen und wird denken, so viel ist das Teil wert. Das ist ein bisschen Psychotrick, funktioniert komischerweise bei mir ganz oft, deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht. Ihr könnt natürlich jeden anderen Wert hier eingeben. Wichtig ist nur, dass ihr nach hinten raus noch ein bisschen was eingebt, damit der Preis einfach natürlicher aussieht. Wenn ihr glatte Preise habt, überlegen sich die Leute, ob das vielleicht vorher so gewollt war, das heißt also, ob ihr vielleicht alle anderen Items rausgekauft habt und ob ihr sie nur zu diesem komischen Preis quasi jetzt verkaufen wollt. Wiederum bei dem Preis hier denken sich die Leute, dass es eine Berechtigung hat und es einfach kaufen werden. Ihr glaubt es mir nicht, aber es funktioniert wirklich, also probiert es doch einfach mal aus, es ist echt lustig. So, hier hinten bei Abbrechen mache ich gar nichts rein, das heißt in dem Fall habt ihr jetzt alles geschafft, ihr habt eure Operation hinzugefügt und jetzt könnt ihr Gegenstände ins Auktionshaus einstellen. Wie das funktioniert? Ganz einfach, ihr geht auf TSM, ihr geht auf euren Reiter hier oben auf Auctioning und könnt dann auf Start der Einstellung machen. Ich mache jetzt das Gegenteil zuerst, weil ich habe schon alles im Aha, ich mache jetzt auf Einstellung abbrechen und dann könnt ihr quasi jetzt hier direkt sehen, okay, da wurde ich unterboten von dem und dem Herrn oder Dame, alles gut. Was mich meistens nicht interessiert, wer das macht, weil es geht ja nur darum, dass wir auch Gold verdienen und nicht gegen wen wir hier spielen. So, das heißt also, ich werde jetzt hier alles canceln, dann bekomme ich die ganze Soße jetzt wieder zurück und wir fangen von neuem an und stellen wieder alles rein. Wichtig ist, dass eure Gruppen, die ihr ins Aha stellen wollt oder canceln wollt, auch gelb hinterlegt sind. Das heißt also, achtet darauf, wenn es bei euch hier nicht funktioniert, dass das Ganze gelb hinterlegt ist. Der häufigste Fehler beim Einstellen ist übrigens, Gegenstand Gruppe ist ungültig und da bekommt ihr dann im Normalfall hier eine kleine Information. Warum ist der Gegenstand ungültig? Ich tue mal erstmal die anderen Sachen verkaufen. Ich weiß, warum es ungültig ist, aber wir gucken es uns trotzdem mal an. Und zwar steht jetzt hier dabei, bla bla bla, die Auktion von Ringsiegel der Vielseitigkeit wurde nicht erstellt, weil dein Mindestpreis 110% Crafting ungültig ist. Überprüfe deine Einstellungen. Warum ist 110% Crafting ungültig? Jemand, der im Video aufgepasst hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich mittlerweile gar kein Verzauberkunst mehr habe, denn wir haben den Beruf, wie im letzten Video erwähnt, durch Lederverarbeitung verlernt. Und das bedeutet also, dass wir quasi auf diesem Charakter diesen Ring nicht mehr herstellen können. Das wiederum bedeutet, dass wir keinen Craftingpreis haben, denn wenn wir etwas gar nicht herstellen können, dann kann unser Programm auch nicht berechnen, was es aktuell kostet. Also ist dieser Fehler berechtigt. Ich habe euch vorher schon gesagt, es kann auch passieren, wenn das Addon einfach noch nicht warm gelaufen ist. Das heißt also in dem Fall, wenn ihr Rezepte neu gelernt habt oder so, einfach erstmal einen festen Goldpreis eingeben, dann könnt ihr diesen Fehler umgehen. So, das war es jetzt erstmal von mir. Wenn ihr noch weitere Hilfe wollt, schaut euch einfach noch andere Guides von mir an. Gerade die aktuelle Serie ist vielleicht spannend für Neueinsteiger oder für Leute, die mit Gold jetzt erstmal anfangen wollen. Wenn ihr Informationen wollt, könnt ihr auch unten im Link auf der Beschreibung in meine Website eintauchen. Da habe ich auch ein paar TSM-Infos und werde in Zukunft auch noch ein bisschen was Neues bringen. Was gibt es noch? Ich würde sagen, Streamen ist vielleicht interessant für euch. Da könnt ihr nämlich Live-Fragen stellen auf Twitch. Sobald ich stream, also wer von euch ein Twitch-User ist, würde ich mich riesig über ein Abonnement freuen. Oder ein Follow, Entschuldigung. Twitch ist ja anders. Da ist Follow gratis. Genau, also ein Follow freuen. Und da könnt ihr mir Live-Fragen stellen, auch wenn ich nicht Gold mache gerade. Einfach Fragen stellen. Ich versuche sie dann so schnell wie möglich mit euch live durchzugehen und zu beantworten. Ansonsten kann ich euch allen nur einen schönen Tag wünschen. Und natürlich viel, viel Gold für alle. Deswegen lasst es laufen, meine Freunde. Haut rein und werdet hoffentlich alle richtig, richtig reich.